Hallo meine lieben Erdlinge! Dies ist nun der letzte Blog von meinem Urlaub in Mexiko. Als wir in Yucatan die Gegend erkunden und einen Sonnenschirm für den Strand kaufen wollten, haben wir unterwegs eine Eidechse gesehen. Bis zum nächsten Mal! 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 Musik 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 Auch im Urlaub sollte man Sport nicht vergessen. Wenigstens alle zwei Tage. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Drücke, küsse und umarme euch.